Was ist es, Digga? Ist alles gut, Digga? Ist mir grad ein bisschen zu ruhig, um ehrlich zu sein. Basti? Jo, ich bin wieder da. Okay, ist alles gut bei dir soweit? Ja, ja, es war... Feuerwerk. Okay, Digga, holy shit, das hat sich irgendwie nicht so ganz viel Feuerwerk angehört. Digga, das war ein bisschen krasses Feuerwerk, so ein bisschen viel auch. Okay, Bruder. Da war mal kurz in Polen drüben ein paar Kippen und ein paar Böller holen. Unabhängigkeitsamerika, ja, ist wo euch scheiß Adresse liegt, glaube ich. Alter, Junge, läuft bei dir, Digga? Jetzt sind aus Amerika einfach. Oha, Paula. Holy shit, Adresse liegt. Digga, oha. Check mal Basti's geheimes Business, aus dem ich gefunden habe, Lul. Basti's geheimes Käse-Business. Basti's Käse. Kein Plan, was ich in die Durne schreibe. Junge, was?